Hallo und herzlich willkommen zum DropFilm Talk, unser heutiger Review von Palm Springs. Palm Springs ist ein Film, der von The Lonely Island produziert wurde, dazu gehören Andy Samberg, Akiva Schaefer und Jorma Takoni. Und die Story hier zu erzählen, ist schon sehr spoilerhaft, deswegen an dieser Stelle nochmal eine definitive Warnung. Wer den Film uneingeschränkt gucken möchte, der sollte jetzt besser ausschalten und vielleicht einfach nur dazu gucken, wie die Wertung des Films ist. Die steht nämlich jetzt schon gleich für euch da. Also, der Film fängt damit an, beziehungsweise zeigt uns, dass Andy Sambergs Charakter, Niles, in einer Art Schleife gefangen ist. Und der ist in Palm Springs bei einer Hochzeit und seine Freundin ist die, hier, Maid of Honor, wie heißt es auf Deutsch, ich komme gar nicht drauf. Jedenfalls ist er der Boyfriend der Maid of Honor und die hat da was mit zu tun mit der Schwester der Braut, und zwar Sarah, die von Christine Migliotti gespielt ist, die man vielleicht von How I Met Your Mother kennt. Und die kommen, beziehungsweise ist erst Niles in diesem Time Loop gefangen, den man dann mitbekommt, nach vielleicht 10, 15 Minuten, dass er da drin ist. Und Christina Migliottis Charakter Sarah wird dann auch, oder kommt dann auch in diesen Time Loop rein. Und das ist sehr interessant, weil Niles, wie der Name schon sagt, dass dir sein Charakter am Anfang sehr nihilistisch dargestellt wird. Ihm ist alles egal, er hat sich mit dieser Situation angefreundet und macht auch nichts mehr, oder will da auch nichts mehr draus machen. Und sieht sich da drin so sehr gefangen, dass er quasi aufgegeben hat. Und dann kommt halt dieser Sarahs Charakter hinzu, weil er hat gewisse Gefühle für den Charakter, dass sich über die Zeit dann so, was sich dann über die Zeit entwickelt hat, bis zum Zeitpunkt halt, dass sie wirklich auch in diesem Time Loop gefangen ist. Und das macht es wirklich sehr interessant. Geschrieben hat das Ganze Andy Sierra und Regie hat geführt Max Barakoff und die haben das wirklich sehr wundervoll gemacht. Keinen großen Schnickschnack, sie haben sich auf das Wesentliche fokussiert und haben die Charaktere in den Mittelpunkt gestellt, beziehungsweise die Message, die hinter diesen Charakteren steht. Und das macht diesen Film meiner Meinung nach wirklich sehr besonders. Und das Ganze ist ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sehr Groundhog Day-mäßig oder Russian Doll, die Netflix-Serie, die bestimmt einige von euch gesehen haben. Also das Konzept ist schon sehr bekannt, aber das Konzept ist wirklich sehr gut, weil das Konzept nicht irgendwie großartig verändert wird. Und es wird halt auf dieser Basis sehr gut aufgebaut und verbessert, beziehungsweise das so charmant dargestellt, dass es gar nicht wirkt, als würde man hier wieder das Gleiche im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Und das ist das Besondere an diesem Film, dass auch die Chemie zwischen beiden Hauptcharakteren, zwischen Niles und Sarah, wirklich wundervoll spürbar ist und dass man da wirklich für jeden auch routen kann. Und ich finde, das kann man auch für Niles' Charakter, der auch in diesem Trott sich aufgegeben hat, dass man trotzdem da ihn nicht verliert und trotzdem ihn gern als charmanten Typen mag. Und ich meine, Andy Samberg ist der perfekte Schauspieler dafür, er kann das super gut umsetzen. Ja, und Christina Miliardi ist, glaube ich, auch ein Star in the Making und sie wird vielleicht auch eine große Karriere haben in der Zukunft. Dann bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze mit ihr weitergeht. Ja, jedenfalls über den Film verteilt gibt es dann super viele komödiantische Aspekte, wie man das von Lonely Island erwarten kann. Und meine Lieblingsszene, das sind mehrere kleine Szenen, das ist die, wo sie alles ausprobieren in Richtung, was sie machen können. Zum Beispiel Flugzeugfliegen, obwohl sie es gar nicht können und all solche Dinge. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr cool gelöst und verursacht auch eine Menge an Lachern. Und alleine deswegen lohnt es sich schon zu gucken. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, der hier im Mittelpunkt steht, sondern darüber hinaus ist natürlich dieser Beziehungsaspekt. Oder beziehungsweise, wenn man sich betrachtet, wie Beziehungen im 21. Jahrhundert geführt werden, dieser moderne Aspekt einer Beziehung, ob das Monogamie bedeutet oder nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, werden hier in Frage gestellt. Und das macht es wirklich zu einem sehr interessanten Thema. Und auch, dass man darüber nachdiskutieren möchte, was möchte man gerne zusammen machen, wenn man in so einem Timeloop gefangen wäre und nicht sterben könnte in dem Sinne. Und das ist schon großartig und macht wirklich Spaß mit anzusehen. Ja, das ist alles sehr, sehr, sehr charmant und macht diesen Rom-Com-Aspekt, packt den wirklich sehr gut in die Mitte. Und man hat da wirklich einerseits zu lachen, man hat andererseits die dramatischen Aspekte hier. Man könnte da fast weinen an manchen Stellen, beziehungsweise ist so gefühlstechnisch mitgenommen, dass es super gelungen ist. Aber auch die Sci-Fi-Aspekte, die hier eine Rolle spielen, sondern die Wissenschaft, die dahinter steht, beziehungsweise die Regeln, nenne ich es mal, dieses Universums, sind sehr, sehr gut gelöst und haben definitiv Rewatch-Faktor in allen Aspekten. Also der Film lohnt sich wirklich hier, Timeloop-mäßig den nochmal zu gucken, weil er macht Spaß. Er zeigt wirklich, dass zwei großartige Schauspieler, wie sie miteinander umgehen können und bringt halt, wie gesagt, Spaß mit, bringt den Rom-Com-Effekt mit und hat natürlich aber auch einen wundervollen Soundtrack von Matthew Compton, der diesen 80er Jahre beeinflussten Soundtrack mitbringt, der das Ganze doch mal zur Perfektion abrundet, die Kirsche oben drauf. Und das ist einfach ein wundervoller Film. Für mich ein definitiv einer der besten Filme des Jahres. Und da, ich meine, wir haben ja nicht so viele Filme dieses Jahr gesehen, aber es lohnt sich definitiv, hier reinzugucken. Also wer das noch nicht hat, eine VPN, besorgt euch das, guckt euch das an. Es ist definitiv, definitiv, definitiv jeder Kosten von Hulu wert, sich diesen Film anzugucken. Wie gesagt, für mich sogar vielleicht eine der besten Love-Stories des 21. Jahrhunderts. Comedy, wie gesagt, großartig, Love-Espect großartig, in Frage stellen von modernen Beziehungen, beziehungsweise dieses Konzept miteinander leben, einfach grandios und lohnt sich da nochmal reinzugucken. Wie gesagt, meine Bewertung daher, 9,5 von 10 Punkten. Ich war sehr, sehr begeistert von diesem Film, einer der besten Filme des Jahres, vielleicht sogar nach dem nächsten Rewatchen, 10 von 10, who knows. Ich bin auf eure Meinung gespannt und hoffentlich könnt ihr diesen Film sehen. Es lohnt sich definitiv. Macht's gut. Hi and welcome to the Drop Film Talk. This is the review for Palm Springs. Palm Springs is the new comedy film produced by The Lonely Island, Andy Samberg, Akiva Schaefer, and Jorma Taccone. And to reveal anything about this movie is technically a spoiler, so please bear with me. Spoiler alert on this case. So the movie begins in a certain way and it has this kind of Groundhog Day feeling that you get in the first like 15 to 20 minutes. You understand what's it about and then the movie takes a turn and goes to a totally different direction, which is perfect in my way or my way of viewing movies. And I think 21st Century, one of the best rom-coms in that regard, definitely. And we will come back to that later. But yeah, the movie features Niles, who's played by Andy Samberg, and he is the boyfriend of one of the maids of honor. And he gets involved with the bride's sister, Sarah, who's played by Christine Amelioti, who's known for How I Met Your Mother in that regard, for example. And yeah, they become kind of stuck in this world and there's no real reason behind it. Or at least they can't explain it. And they try to come to terms with this kind of way of living. I mean, Andy Samberg's character Niles has been in this kind of situation for such a long time, so he kind of gave up on changing anything and just lives in this moment and makes the choices he wants. And he tries out different stuff, but you can tell that also that he is kind of stuck in this kind of rut. And Christina Amelioti, who also gets sucked into this loop, she is, in that regard, way more shocked because she didn't know all these things. And she finds out with Andy Samberg's character and they basically start as friends and how they like survive this kind of madness until the point that it turns into a rom-com in that regard and they find their love and the love story grows bigger and bigger. And yeah, and having this companion forever by your side. And this is one of the messages I really like about this movie, that it concentrates on the way of modern love in terms of how do you live your life? Monogamous, in what way, what should a partner be like? And it questions certain aspects. And that makes you question your relationship in real life also. And I think it's very welcoming in that regard. And I think that's a great message to have for a movie that is this, I wouldn't say basic, but the foundation is very basic. I mean, we know this concept of Groundhog Day or Russian Doll on Netflix. And they all play with the time loop and they explain a lot of stuff. And I think this movie does it even better than those two movies. And they establish real fast what the rules are. And so they're just going to have fun with it. And I think that's a really, really good thing. And they don't have to, like, really, there's this aspect of bettering themselves because they did something they're not proud of in that regard. And they play that perfectly. And the way both actors are very charming and they have the perfect chemistry for this. And Andy Samberg is, like, for this charming dude who is really lovable, no matter what he does, is really interesting. And he does a lot of interesting things. And as I said, as I mentioned earlier, with the comedy aspect where they try out everything, this is, like, one of my favorite scenes where they, like, fly the plane. And that's, oh, my God, it's just hilarious how they do that. And there's so much more to that movie. And then this movie is also very rewatchable and in every regard. And I watched it twice already. And I think there's multiple watches left. It doesn't get boring as it would seem it does, especially when in terms when you think of that you watch this thing on a loop, basically, that shows this kind of loop. And the director, Max Barbakov, did a great job on filming that. And Andy Serra wrote the script for that. And, yeah, it's all both very tight and perfect in that regard. And the movie tries to manage with this kind of direction of writing to not fall into something that would make this kind of experience boring in the regard that we know this kind of movie and also in the regard that it could have totally gone wrong in certain aspects. But gladly, it didn't. And that made it a hit in Sundance and made it a definite hit for Hulu in that regard. And I think it's, as I mentioned, one of the best movies of 2020. And even though we didn't have that many movies, but this one is definitely up there. And also, there's a cherry on top, which is, from my perspective, the score by Matthew Compton. It's very 80s influenced and fitting to the color scheme of like this, this neon pink and yellows and we can see throughout the movie. And this is just plain old good cherry on top. And I really, really love it. And, yeah. So, I have to say, to sum it up here, the story feels very particularly aimed at some nihilists in this world or nihilists towards existence. And, yeah, it's not easy to get away from that and have always this positive outlook on things. But, if you have this kind of relationship, the main characters have in this movie, it's definitely, it's definitely going to hit you. And as the movie did for me, I mean, I laughed out, I cried out laughing and I basically was almost crying. So, it has different aspects to it that makes this movie so great. Also, the sci-fi aspects I really enjoy with all the details on how to break this time loop and stuff like that. And also, J.K. Simmons, who is a great character who comes up and changes also his perspective on his life and in this reality. And I think that's very, very great. And all this, this whole package that comes with this movie is a very, very good and interesting story for the 21st century in terms of love. And definitely needs a rewatch and will get a rewatch, at least for me. So, I hope from you guys, too. So, let me know in the comments what you thought about the movie. Did you like it or not? And, yeah, it's definitely worth the Hulu abonnement or get the trial and watch this great movie. Take care, guys. Take care, guys.